leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge leitstellen tutorial heute habe ich euch was zu verkünden liebe freunde ich werde eine leitstelle heute machen 20 uhr bis 22 uhr zwei stunden seit heute dabei freunde lasst leid und einer oder und jetzt lese ich euch vor was ich geschrieben habe hallo leitstellen fahrer ich bin spiele gamer ich bin 17 jahre alt ich bin anfänger bin neu hier ich werde diese leitstelle leiten und die touren tuchen 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 ach historiker das heißt tuchen tuchen geben und busse an euch geben freunde oder ihr könnt es euch selber mieten aber hoffentlich fährt ihr heute aber nicht wundern ich kann es kann verspätung kommen oder verfrühung schaut also dass wir anschaut das video an was in meinem kanal ist hier der name für die youtube noch mal hier link https www.youtube.com.channel.ru und hier der link zum abonnieren zum video kommt dann link hin zum video kommt dann wo wo zu die frauen und tue die warte tue 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 nachmittag man sie touren Also das heißt Tuchen dann, was ich doch richtig schwimmen kann. Tuchen geben hier das Video dann, da gehe ich auf Speichern und dann... Hier sind einige Informationen, die hilfreich sein könnten. Vielen Dank, Tante, bräuchte ich nicht. Also Freunde, schreibt dabei unbedingt, da würde ich mich freuen. Und dann, ja, lasst ein Like, ein Abo da. Ich werde heute liken alles. Kann Verspätung kommen oder Verschwörung, keine Ahnung. Wird glaube ich ein bisschen Verspätung werfen. Also bis gleich, bis dann meine Freunde.